Baby So, zurück hier beim World of Ages Teil 2, der 4 Oh, 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 oh Ich hab das gar nicht so auserkannt, wer es sein soll Da war das sehr cool So, irgendwie habe ich wieder Bock auf diesen Halbrunden Oh, die Musik gefällt mir Aber wenn ich so die Möppchen schon ein kleines bisschen sehe Wir gehen auch mal auf den normalen Felsbock Was macht denn der explodiert, wenn... Das ist natürlich... Alter, der braucht auch extrem lange Aber ich nehme diesmal noch den Ballon mit Die Musik gefällt mir... Ach du... Was? Wir treffen hier beide aufeinander, oder was? Also geht hier drüben los Geht hier rum Hier rüber springen Und hier einmal rum Ähm... Okay Wäre eigentlich das hier am besten Und davor... Eigentlich hätte ich das andersrum bauen müssen Eins... Zwei... Drei... Stimmt, die können sich in bestimmten Radius bewegen Das ist eigentlich recht geil So, dann könnte man aber auch noch die Kühe davor setzen Damit sie schön aufgehalten werden Äh... Er... Nicht die, sondern er Und los geht's So, ich glaube, das ist wirklich gut gewesen Dass ich diesmal den normalen Ball genommen habe Und kein, äh... Special Ball Weil wenn's... Ist ja wirklich sehr kurvenreich alles hier Das war nötig, dass ich das zerstöre Also verregeniert da so viel fucking Geld Oh... Oh... Das war knapp Aber ich hab's geschafft Nein! Nein! Aber er ist auch ziemlich oft schon runtergefallen Es war auch immer schwer Dann erst mal in die... Äh... Erst mal in die Möps Sich rein zu... Fizzeln Wo es überhaupt lang geht Ja... 160 Das ist schon in Ordnung Ja, einmal getroffen Das ist schon gut Oh mein... Nee, ist nicht getroffen Oh, ich dachte gerade Meine Kanone ist schon getroffen Was? Oh... Ach nein Vielleicht auch nicht gut Dass ich alle so nebeneinander Weil die halten den ja nach und nach so auf Wie kann ich denn verkaufen? Das würde mich jetzt noch interessieren Man hat ja nur eine bestimmte Masse Oder... Menge, die man ja benutzen kann Die ich sicherlich nicht ausgereizt bekomme hier Aber... Man weiß ja nicht So, und los geht's schon wieder Ab geht's Und gleich kommt wieder so ein Blitz Das sehe ich doch jetzt schon Ah... Nein... 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 Ich weiß nicht, man hat das irgendwie echt geil aufge... Weil wenn man so auf die Map guckt oben Das ist eigentlich recht geil aufgebaut Ah, fuck Ja, ich hab ihn zerstört Nein... Nein... Okay Was ist denn das für ein Block? Bestimmt auch so einer, der tausend Schaden macht, aber... Sich extrem scheiße bewegen lässt Können die mir schon gut vorstellen Oh, fuck Was ist das denn bitte? Yo Alter Ich hätte mir jetzt glaube ich von hinten drauf springen können Oh, ich bin hier fast kaputt Oh... Habe ich nie was zerstört? Mir reicht's, wenn ich ihn zerstört habe Ich hab ihn zerstört Das ist alles, was ich wollte Yo, Alter Was kann denn noch alles bauen? Fuckin' holy shit Oh, fuck Fuck, da musst du auch noch irgendwo so eine Bank haben Das kostet doch nicht grad so wenig Ja, ich hab ihn zerstört Ja, ich hab ihn zerstört Oh, nice Und los geht's Los geht's Los geht's Ey, das ist mir jetzt sowas Ich hab, ich hab gewonnen Ich hab locker gewonnen Komm Lass mich bitte bloß gewonnen Wenn nicht, wenn nicht Dann zerschnicke ich mein PC Das ist eh nicht mehr ganz so viel wert Aber trotzdem Ich zerschnicke ich mein PC Ich zerschnicke dich Locker geschafft Locker geschafft Locker geschafft Vor euch steht der Sieger gegen Herkules Ja, ich hab ihn zerstört Oh, fuck Oh, fuck Oh, schein' Oh, ho, ho Nice Nice Oh, fuck So, wir bekommen den Stier Wir bekommen einfach den fucking Stier Ambus-Bulle Oh, nice Was geht denn hier drüben noch ab? Äh, Sarpedion Ich höre, das ist noch irgendwie was Oh, Leute Mich freut das grad so extrem Ich glaub, das ist das letzte Was hier drüben so auf der Seite ist Das werden wir nächstes Mal machen Wenn euch natürlich das Ganze gefallen hat Wir sehen natürlich Das ist schon wieder so ein Wasser-Level Wenn euch das ganze Bad gefallen hat Dann gibt's noch einen Moment Wenn ich deinen Daumen und Schreifen gekonnt habe Ob ihr mehr davon sehen wollt Oder auch nicht Dann müssen wir nächstes Mal Sagt er mir das Wort So, tschau